Willkommen wieder zurück. Wir sind jetzt schon bei Part 12 und wir sind immer noch ein Kapitel. Lass mich lügen. Kapitel 4, oder? Wir sind in Kapitel 4. Und ich habe mich mal kurz mal informiert, laut Trophäen. Jetzt nicht alle Trophäen, aber nur wie viel Kapitel das hat. Und es hat fucking 18 Kapitel. Es wird heftig. So, wir haben jetzt das Schicksal von Jesses Vater jetzt mitbekommen und haben jetzt ihn bestohlen. Und ja, jetzt geht es jetzt mal weiter. Gemütlich. Gemütlich und sachlich. Wir spielen jetzt erstmal die Ablenkung. Ja, drück mich auf. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Jessi glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters das über das Mako im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Mako zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Ja, das macht ja alles Sinn. Im Mako fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, äh, sag Jessi bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Hm. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest. Zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Hm. Ach, Cloud. Oh Mann. Ja, der Komplex von dem Jessi gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jack... Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Ist das nicht ein bisschen unnormal? Bisschen unnormal. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Das war aber nicht, Jessi, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Hm. Hm. Sie mal zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jessi wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Gibt es hier irgendwas zum Bluten? Es gibt so wenigstens Bluten aus mir. Okay. Blut. Dankeschön. Still. Zu still. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Okay. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Manchmal werden in Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, deine Reserven aufzukennen. Ja, okay. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ich hab vor Aufregung richtig Magenschmerzen. So, was können wir denn kaufen? Mhm. Mit. Ich hab mir auch mit. Ich hab 50. Räuft doch gut. Dann haben sie nur 9. Nichts fehler, brauchen wir nicht so viel. Ach, ich würd's so gerne. So viel Gutes. Das wollte ich mir eh kaufen. Gut. Dann können wir hier schlafen. Natürlich. Legen wir uns hin, schlafen, entspannen uns. Vor so ne Mission. Sorry, ich hab grad was getrunken. Vor so ne Mission müssen wir uns natürlich vollkommen entspannen. Hier geht's auch noch runter. Okay. Was? Eigentlich will ich trainieren. Aber das heißt nichts Gutes. Ist nichts Gutes. Ich hab mir extra ne Trainingsanlage bekommen, aber wie ich speichern erst mal. Nee, nee. Ich hab's mitbekommen. Ich bin jetzt fertig. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörer Materie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist ne Überlegung wert. Ich bin bereit, komm. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Ich freu mich. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Okay. Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden. Genau wie Sephiroth. Der große Held, Sephiroth. Was the fuck? Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Kling. 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 Versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden, jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Das ist ja sweet. Mega sweet. Kinderliebe. Das ist eigentlich nur mit Klopp passiert, dass er sich nicht mehr erinnern kann. Also nur so langsam anscheinend. Aber Sephiroth war so ein großer Held. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem. Ich weiß nicht weiter. Das war Jessys Signal. Okay. Und los. Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Ich bumf sie weg, alle. Ja, ich meine, ich schlack sie. Kann ja nur jetzt nicht werden. Welt und breit niemanden zu sehen. Haben sich wohl versteckt? Heda! Eigentlich wäre jetzt beigetreilt, oder? Also, ich dachte, ich könnte die anderen steuern. Aber nein. Komm schon. Das ist doch jetzt nicht alles, oder? Oh, Kisten. Noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Ja, ja. Wartet kurz. Bisschen drubelt. Das tut immer gut. Das tut immer gut. Das tut immer gut. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lager alle 76. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lager alle 76. Sind da Rumor auch noch Kisten? Das habe ich noch gar nicht geguckt. So gut, dass ich im Binnen bin. So gut aus dem Binnen bin. Ich bin beracht. Ich glaube, da habe ich eine Kiste nicht erwischt. Zack. Okay. Da war doch nichts. Okay, man kann es noch ein bisschen übertreiben, oder? Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Einiges Ungegiefer. Endstation für dich. Äh, komm, ein schöner Schlag von den Fressen vor vorne. Aber ich lasse die. Dankeschön. Warte mal. Warte mal. Gucken wir den mal an, wie wir sieben. Ah, ein Feuer ist aber pünktlich. Ist ja schön. Oh, shit, 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 shit. Ich würde gerne einen Gegenstand benutzen. Gegenstand, 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 geh weg. Oh! Oh! War ein bisschen un... War ein bisschen zu unpositiv. So, circle back. Geht doch noch. Ach, geil, die Katzen. Ach, geil, die Katzen. Wunderschön. Ich kann den haste nicht Würde die Katzen ankommen. Gute Namche. Gute Namche. Ich bin gar nicht wenige Katzen ankommen. Gute Onkel, du doch. Gute Namche. Gute Namche. Gute Namche. Ja. Gute Namche. Gute Namche. Nehmen wir noch die Annelie, komm! Eis! Ok. Das ist auf! Verschwinde! Los! Ich hab rengere mich für euch, ihr kleinen Bauchpies! Bis hier und nicht los. Sie soll doch nicht mich fassen! Oh, Mann. Ich bin bereit! Ey, komm, Tima! Ey, du willst mich doch arsch! Was war's dann? Es ist ja spezial Pizzapower! Yeah! What the fuck! Pizza? Irgendwas mit Pizzapower hat er gesagt, oder? Wir sind nicht Pizzapower, Pizzapower. Der will die mich! Ey, jetzt komm her! Tschüss! Jetzt gibt's der Schlaf! Jetzt gibt's der Schlaf! Jetzt gibt's der Schlaf! Jetzt gibt's der Schlaf! Ey, das geht! Guck doch mal! Ja! Dankeschön! Tolle Kraft! Tolle Kraft! Alter Schwede, ey! Ist hinterherger... Hinterhergeren... Ja! Ich bin richtig gut in Form! Hahaha! Hey! Sportskanone! Das war ziemlich beeindruckend! Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich! Ich, aber sonst ist er doch so! Ich, aber ich, ich buche auch nicht! Hier ist der Gro turkey gesund, hätte ich so keinforum! Ist klar, zwei! Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Sehr schön. Wenn ich mal das Limit. Jetzt wird abgerechnet. Aufgezeichnet. I'm coming. Dann haben wir noch so'n Schlag. Dann haben wir noch so'n Schlag. Das mit dem Beschwören würde ich mir echt sparen. Nee. Für Mien? Da. Ja, komm doch her. Oder sie tun gar nichts. Oder wenigstens so. Gut, sehr gern. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Sehr schöner, schöner Finisher. Sauber. Komm zingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich ja auch ohne dich schon köstlich zu sein, mein Freund! Gab's den wirklich oder ist das nur so ne Schmuchtel oder irgendwas ist das? Also die Schmuchtel, aber diese lange Haare. Voll 90er. 70er. Aber er ist cool, er ist cool, er ist cool. Ich hatte dir doch versprochen. Das wird's beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funk in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In vollständiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber! Verstanden! Gott! Äh! Aber! Na dann! Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit! Hm, sehr schön! Endlich! Du und ich empfehle! Der Schluss! So! So ein Platz! Haha! Ich kann nichts beschwören, wollt ihr mich verarschen? Schwer? Der Schluss! Cheuk! Der Schluss! Der Schluss! Der Schluss! Der Schluss! Der impulse! Die, der Schluss! Keine! Der Schluss! Woah! Keine! Ja, was ist das für ein Typ? Alter. Zieh nicht. Tch. 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 Alter Schwede. Okay, es wird vielleicht doch noch ein bisschen interessanter. Was sagt der irgendwas mit Marzipan? Was will der mit Marzipan? Junge. Die können ausgewischen. Das fühlt sich teilweise auch an, als ob ich Kingdom Hearts spielen würde. Kampfstil. Wir reinges hinter uns! Es ist vorbei! Tch. Sehr schön. Hatte Spaß. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder! Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh! Mein Freund! Ich mag den! Ist das überhaupt physikalisch möglich? Okay! Soора! ужас! Komm Beau Wing! Hey, Clown! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! What's the fuck? Konntet's wohl nicht lassen, was? Eher wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Habt ihr Angst, dass man dich entdeckt? Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Butai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Sieht da echt gut. Und Verstärkung von Shinra. Komm, das machen wir noch. Wir auch noch haben irgendwie über die Seitengasse. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Rundviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawoll! Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Los! Alle auf ihre Position! Jawoll! Wär das nicht etwas wie CENTER gegangen? Na ja, mein Ziel hab ich erreicht. Wo ist Wedge? Das war knapp! Wir machen das. Hey Wedge! Alles klar? War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War glaub ich ein Streifschuss. Mein Bogen auf! Zeig mal! Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus! Ach du Scheiße! Hört sich auch so an! Hört sich auch so an! Das war doch kein Streifschuss! Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt! Du hast bloß ne Tabrennung! Ne leichte dazu! Ich wünsch ihr könntet mein Gesicht sehen! Hey! Du kannst ja lachen! Oh! Los jetzt! Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Zu Befehl! Okay, erst wohin? Ja gut! Wir können auch erstmal... erstmal hier speichern, weil sonst wird es echt mega lang! So! Und dann werden wir jetzt erstmal hier erstmal beenden! Ich lasse es im Pausenmenü und wir sehen uns dann beim nächsten Part! Mal gucken, wie wir jetzt hier noch fliehen werden! Aber die Ableitung lief doch super! Fand ich zumindest! Somit, vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Tschü tschü!